Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und der Wahrheit über die Other Side. Adadid, das Land der Länder vom BASI, vom Bored Ape Yacht Club, vom gelangweilten Affenjacht Club, bei dem ganz viele sagen, ja Mensch, die Affen, naja, so toll ist das auch nicht mehr. In Klammern vor allem, wenn sie keine haben. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, was der Bored Ape Yacht Club da gerade macht, weil ich denke, das könnte ein großer Teil der Blockchain-Zukunft, der Spiele-Zukunft, der NFT-Zukunft sein und sie haben was veranstaltet vor ein paar Tagen, was ich schon sehr beeindruckend fand. Wenn du dich überhaupt mal grundsätzlich mit dem Thema NFTs beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir mein Buch, Reich mit NFTs, ein Spiegel-Bestseller gewesen, jetzt auch in Amerika ein Bestseller, USA Today, dort heißt das Buch NFTs and the Future of Finance, weil sie schon seinen eigenen Buchtitel nicht mehr auf Englisch, der gute Hager. Und wenn du sagst, du möchtest ganz tief ins Thema NFTs einsteigen, das Ganze mit einer coolen Community von wirklich sehr freundlichen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, dann komm doch zu uns ins Mentoring. The Future of Finance, FOF, wie wir uns nennen, ist ein Mentoring, das sehr viel Spaß macht und Menschen in diesem Bereich sehr, sehr viel beibringt und Menschen sehr, sehr viel weiterbringt. Wenn du damit rein möchtest, ist hier drunter der Link zu einem kostenlosen Gespräch mit einem meiner Mitarbeiter. Da kannst du mal schauen, ob dieses Mentoring vielleicht was für dich ist. Was ist denn da jetzt los in diesem Other Side? Die nehmen dich mit an Bord. Wenn du heute ein Other Deed hast, also ein Stück Land, beziehungsweise einen Grundbuchauszug, für den du später ein Stück Land bekommst, im Bord Ape Yacht Club, Floor heute gerade irgendwas im Bereich 2,7, 2,8 Eter, ich kann parallel mal schauen, Other Deed, wir können auch gemeinsam mal reinschauen, Other Deed for the other side, Break on through to the other side, dann kriegst du ein Stück Land von den Bord Apes und zwar dort, wo die Bord Apes unterwegs sind, 2,75 Eter, ist der Floorpreis, wenn da ein Coda mit drauf ist auf dem Land, ein Coda, wie wir im bayerischen Song, dann ist das schon um einiges mehr wert, kann ich dir hier mal zeigen, Coda von 1 bis 9.999, es gibt nämlich nur 10.000 Codas, wenn wir da auf Buy Now gehen, dann geht der ganze Spaß los bei 20 Eter, glaube ich, 20,69 Eter und geht aufwärts, wenn du einen speziellen Coda hast. Und ganz viele Menschen haben wirklich gedacht, ja, beim Bord Ape Yacht Club und bei Yuga Labs, das haben die doch nicht im Kreuz, da kriegen die doch jetzt kein gutes Spiel hin und die machen was echt super Smartes. Sie sagen, hey, wenn du so ein Stück Land hast, dann kannst du mit uns auf die Reise gehen. Da gibt es einen First Trip, einen Second Trip und alles in allem 11 Trips. Und wenn du bei so einem Trip dabei bist, dann bekommst du auch eine Belohnung dafür und zwar besteht der Obelisk, der im Other Side eine große Rolle spielt aus 11 Stücken und es ist ganz interessant, wenn du damit an Bord gehst und mitmachst, einfach sagst, hey, ich helfe mit, dieses Spiel mitzuentwickeln, dann wirst du belohnt. Jedes Mal kriegst du dein Land hier geupdatet in den Metadaten, so heißt das Ganze und dann hast du hier, bist du beim First Trip mit dabei. Und wenn du beim First Trip mit dabei bist, dann kriegst du ein Abzeichen und dieses Abzeichen formt dann am Schluss nach 11 Trips den Obelisken. Und jetzt bin ich da reingegangen und habe da mitgemacht und das ist echt ganz lustig, wenn man da am Anfang mal reinschaut. Da war das wirklich so, dass man da hier in so einem Land drin war. Okay, da sind dann ganz viele so rumgehüpft. Ich habe hier mal gerade eine Aufzeichnung und ja, es sind viele rumgehüpft und dann irgendwann war es so, dass du durch, da hieß es, hey, springt mal alle durch das Loch durch. Und dann hat sich hier so ein Portal aufgetan und dann sind alle in dieses Loch reingelaufen. Moment, kommt ein bisschen. Moment, zurück, zurück, zurück. Es sind alle in dieses Loch reingelaufen. Moment, zack, hier ins Loch rein. Und kaum bist du in dieses Loch reingelaufen, bist du in einer ganz anderen Welt aufgetaucht und zwar in On the Other Side. Also fliegen, durch die Gegend hüpfen, da ist ein Coda jetzt und da hängen sie natürlich alle aufeinander. Und dann konntest du hier durch die Welt durchlaufen, die wirklich, wirklich geil aussieht. Also ich meine, ich war ja auch Spieler und bin ein Spieler. Ich habe ganz viel früher gespielt, gerade so First-Person-Dinger. Also das macht schon wirklich eine Höllenlaune. Und da stehst du hier mit den ganzen Leuten zusammen und dann kannst du hier auf so ein Launchpad auch drauflaufen und auf die Hütten drauflaufen und kannst durch die Gegend fliegen. Dann war hier der Half-Dome auch ganz lustig. Da sind alle zusammengestanden. Da war dann am Schluss die große Party. Kann man hier vielleicht auch nochmal zeigen. Hier mit Feuerwerk und allem drum und dran. Alle haben das Licht angemacht. Also war wirklich hoch faszinierend. War da noch eine Schlacht zu kämpfen zwischendrin. Da musste man sich so wegschießen. Und dann wo reinfliegen. Also es war wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, heiliger Bim Bam, das, was die da hingestellt haben, ist interessant. Sie nehmen ihr Publikum, also uns, ihre Other-Deed-Besitzer da mit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist ein Tipp für dich, wenn du so ein Other-Deed hast, dann solltest du wirklich bei jedem dieser Trips, First, Second, Third, alle elf Trips mit dabei sein. Weil ich denke, dass jeder, der so ein Abzeichen hat und einen ganzen Obelisk dann hat am Schluss, dass die nächsten Other-Deeds, es gibt ja noch 100.000 Stück, also 100.000 Länder, dass die nicht verkauft werden, sondern dass die denen geschenkt werden, die bei jedem Trip dabei waren und mitgeholfen haben, dieses Spiel mitzuentwickeln. Das glaube ich ganz fest. Also insofern, ich werde schauen, dass ich bei jedem Trip dabei bin. die Wahrheit ist, dass ganz viele, die geglaubt haben, Yuga Labs hat es nicht im Kreuz, die können es nicht, die können so ein Spiel nicht entwickeln und vor allem nicht in so einer Geschwindigkeit entwickeln. Und ich glaube, die können das und können sogar noch einiges mehr. Das ist extrem spannend zu sehen, was da möglich ist. Da waren, zur besten Zeit, waren da 4.500 Menschen gleichzeitig drin und haben da wirklich diverseste Geschichten gemacht, sind hier durch die Gegend gelaufen. Hier ist eben dieser Half-Dome gewesen, wo in der Mitte einer von den Apes, der Captain gestanden ist, hier daneben ein Coda und hier eine Ansprache auch gehalten hat. Du kannst hier auch sprechen, du kannst das Mikro anmachen, die Menschen können sich miteinander unterhalten, chatten. Also das ist schon sehr nah dran an Ready Player One, was hier passiert. Und ich denke wirklich, dass das die Zukunft ist und deswegen glaube ich, dass die Bored Apes und die Mutant Apes nicht zu Unrecht eine der interessantesten NFT-Kollektionen mit Preisen um die 100 Eter sind und nicht zuletzt deswegen glaube ich, dass auch die Other Deeds für 2,65 Eter unterbewertet sind. Keine Anlageempfehlung. Ich glaube wirklich, dass das, was da passiert, etwas ist, was den Spielebereich verändern wird. Ich bin mir sicher, das wird ein Play-to-earn-Game. Ich glaube, da wird es Kryptowährungen zu verdienen geben, wahrscheinlich ApeCoin. Und ich glaube auch, dass du auf deinem Land Sachen machen kannst, bilden kannst, bauen kannst und dort auch, wie im App Store, Apps machen kannst, Dinge verkaufen kannst. Ich glaube, die bauen da ein ganz abgefahrenes Ökosystem auf. Und demnächst wird es ein Erdbeben geben und in dem Erdbeben werden die Kodas und die Güter von den Ländern, die mit den Ländern verbunden sind, runtergeschüttelt werden. Die werden dann auf einem eigenen Marktplatz gehandelt werden können. Also ich denke, da ist extrem viel zu holen und es wird extrem spannend, was da passiert. Deswegen, ich würde nicht gegen den Board Elb-Jacht-Club wetten. Zeige ich gleich nochmal mein T-Shirt her, weil ich denke, dass die Freunde wirklich wissen, was sie tun und dass das, was wir da gesehen haben, erst der Anfang ist und das super interessant wird, was da noch alles kommt. Wenn du dich tiefergehend mit dem Thema NFTs, DeFi, Kryptowährungen, die mit NFT oder DeFi zu tun haben, beschäftigen möchtest, dann haben wir ein Mentoring, The Future of Finance, FOF. Wir sind da eine sehr coole Community. Einige hundert sehr interessante und sehr lustige Menschen. Wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wir gehen ganz tief rein in den NFT-Bereich. Uns geht nicht viel durch die Lappen, was im NFT-Bereich interessiert. Und du kannst dabei sein, wenn du dich jetzt mit einem kostenlosen Telefonat bewirbst und einfach mal schaust in einem Gespräch mit einem meiner Mitarbeiter, ob das was für dich ist, dann sehen wir uns vielleicht schon bald in unseren wöchentlichen Meetings und in unserem Discord, der immer voll ist und wo wir immer jede Menge Spaß haben, wie im Other Side Metaverse von Board Ape Yacht Club. Wenn du erstmal mit NFTs anfangen möchtest, dieses Buch kriegst du überall, wo es Bücher gibt. Wie gesagt, war ein Spiegel-Bestseller, ist ein USA Today Bestseller und ist das Buch, das dich von 0 auf 100 kmh innerhalb von einigen Millisekunden bringt. Kommt jetzt übrigens dann auch bald als Hörbuch raus, aber am 27. Juli, wenn du es lieber hören möchtest, bei Audible und überall sonst, wo es Hörbücher gibt, denke ich mal. Alles Gute, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da und markiere, mach die Glocke an, abonniere den Kanal, wollte ich sagen und wie gesagt, schick es gerne auch an andere weiter, denen dieses Video auch helfen könnte. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier wieder heißt all things NFT.